Ja, da macht einer Kuckuck. Hallo! Ja, hallo und tschüss. Na, da hat aber einer Schiss in die Buchse, ne? Das ist ein Wiesel. Aber richtig schönes Tier ist das. Braun-weiß. Kakao. Hier ist eine Libelle auch noch. Hier ist eine Libelle. Guck mal, hier ist eine Libelle. Ich glaube, es ist nicht eine Libelle. Oh, das ist aber zu schnell, die Libelle. Ich glaube, ich habe die jetzt nicht draufgekriegt wegen der Sonne. Das ist kacke.